2, 1 Ja? Ich fiet einfach nur die Löwen so toll mit dem Saaten, der jetzt irgendwie unter der Zunge ist. Warum zum Teufel? Weil der im Mund klebt, nicht an dem Ding. Ach, vater, mach den Mund zu! Nein. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lidl mit Play-Dat im Übrigen. Wir müssen noch mal zum Hochzeits-Empfang. Weil wir einen Schlüssel übersehen haben. Weißt du wo? Na gut, wir sind ja nicht bis zum Level-Ende gegangen. Bis zum Level-Ende gegangen! Was zur Hölle? Ich fand das ganz so cool wie die Haare da draußen. Ich hab's schon wieder genommen, ey! Du hast dich auf jeden Fall vorbereitet, ich merk das schon. Ja. 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 Ja, danke. Stimmt. Lucky, 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 lucky SL, ey. Ja klar. Das ist Talent. Talent. Talent, ja. Ich folge dir einfach, du. Ich bin der Roboter, der hinterherläuft. Ich hab's genau gesehen. Klar. Ich versuch 24-7 nur dich umzubringen. Wenn du hier so Gas gibst, muss ich halt jetzt abkürzen. Wir wollen doch keine 1000 Parts. Ich hab's nicht. Ah, jetzt. Nein! Ohhhh. 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 Verdammt. Hier dürfte er eigentlich auch nicht sein. Zu zweit ist ne ganz doof Idee. Das sieht aber klasse aus. Ich drück schon extra nichts. Ja, aber es hilft nicht. Ach komm, das ist ein Schwanetal. Ich red mal hier. Ach komm, das ist ein Schwanetal. Die gibt's ja auch noch da unten. Wow. Warte. Alles klar. Ich glaub, ich weiß wo der Schlüssel ist. Der ist auf den Hut von dem Typen da oben. Das kann sein, ja. Da kommt man nur ein bisschen schwer mit den Helpen hoch, aber wenn man... Ich glaube ich weiß wo der Schlüssel ist. Wenn man selbst Bot begeht, dann geht das schon, ne? Richtig. Dann mach's halt alleine. Da ist er doch. Ja, ja. Wieso hattest du denn nicht? Du hast die Blasen daneben. Ach, das ist doch, hier haben wir die Überlebensherausforderung. Ja. Welche fehlt denn dann noch? Zweite irgendwo. Aber das Levelend ist doch schon hier. Oh. Ja. Ja. Weißt du denn wo noch ein Schlüssel ist? Kommst du jetzt mal hoch hier? Ja. 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 Irgendwo. Ich hab ihn ja. Also selber hab ich den, aber... Dahinter auf jeden Fall nicht. Ne, die Kerze, sie hält mich fest. Okay, komm. Dann müssen wir nochmal zurück. Ein Stückchen. Vielleicht. Oder zwei. Oder ist hier noch irgendwo... Du hast echt keine Peilung. Oder sein könnte. Gerade nicht, ne. Da oben drauf. Ne. Wäre wenn dann irgendwo öffentlich. Nicht sterben, zombie. Nicht sterben. So. Da oben waren wir auch. Wo ist denn der? Ja. Ja. Keine Peilung. Ja, natürlich, Chris. Ach, gute Sau, ey. Hat dich erdrückt. Hihi. Fetter Butler. Dann los mal her. Ich seh hier auch keinen Schlüssel. Danke, dass du einen doch mal... Das ist doch hoch. Erst, erst, erst mal dich wieder bringen. Zwar zu erwarten. Da kannst du irgendwo hin vielleicht? Nö. Ha. Wir haben beide. Beide. Ja. Ein grünes Brett versperrt mir den Weg. Oder hier links? Da drinnen? Oder links oben war es ja schon drinnen geholfen. Nein. Solange du daneben stehst, geht es nicht runter. Nein, solange du draufstehst, geht es nicht runter. Ich geh mit dir. Jetzt sind wir zu schwer. Immer links rein. Der ist aber auch kein Schlüssel. Nee. Das sind jetzt der doofe Schlüssel, ey. Hol mich ab. Komm mit. Yay. Was auch immer, wie der gerade hier macht. Also ich persönlich versuche, nach links zu kommen. Ah. Ich glaube, das geht nicht. Warte, ich zieh dich mit runter und dann schneidest ich dich hoch. Kommt so. Uuuuh. Nee, nee. Nee, nee. Ich muss. Es geht anders. Okay, und wie? Lass doch mal los, Mensch. Nein, ich will helfen. Damit hochfliegen. Ja, du kommst ja nicht alleine hin. Stimmt. Ich muss noch hier. Los, sieh mich da drauf. Und jetzt muss dann auch springen drücken. Ja, verdammt, ey. Ich muss gehen. Komm, wir cheaten das Spiel jetzt. So. Ich mach das jetzt ohne das Teil. So. Einfach so. Und jetzt nochmal. Oh, ich muss da mal los sind. Ja, Masse. Seh ich. Oh. Oh. Oder da unten drin? Nee, kann man nicht anschauen. Machen wir das Level nochmal neu, mein Gott. Wir laufen halt nochmal von vorne nach hinten. Ja, aber wo ist dieser Schlüssel? Der ist direkt in der Kerze. Okay, dann nicht. Die Kerzen, du vergreibst dich an jungen Kerzen. Hier oben auf irgendwo? Nee, hier nicht. Los. Farben deine Erinnerungsvermögen ab. Da oben vielleicht? Tja, haben wir ja geschaut an sich. Und hier sind schon die Geister. Deswegen ja. Sollst du uns die Leute einfach in die Kommentare schreiben? Ach, jetzt willst du da oben langfiegen, ja? Ich hab's versucht. Ich hab da nur so kleine Probleme, die du an meinen Beinen sehen solltest. Ein bisschen, ja. Ja, ich denke mal, der ist ja echt ohne. Warum schadest du das Level neu? Da hängt auch 10.000 auf Balance. Nein, die sind alle hochgegangen. Ich hab' alle gestartet. Ich kann's halt, ne? Mhm. Du bist so schön da durchgelaufen, dass du einfach alle gestartet hast. Und das ist der da oben irgendwo? Nee. Genau, hol mich nicht wieder. War ja wieder ein Satz mit X, du. Los, 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 los. Nein, nichts drücken, nichts dabei drücken. Einfach nur nach rechts. Geht schon. Und jetzt. Flieg! Flieg nach oben. Zum Levelende. Hier ist schon Levelende. Sag ich ja. Hey, du bist wieder da. Warum bin ich wieder da? Verdammt. Ich war eben gerade am gucken, wo der Schlüssel ist. Das ist doch Schummeln und Cheaten. Ja, aber nicht dann, wenn man einen Rücken hat. Vielleicht dann links hier oben drauf auf den? Wenn man mit dem hier irgendwie hochfliegt oder so. Ich seh da nix. Ne, ich auch nicht. Dann muss es irgendwas mit dem Schalterausloser sein. Boah, sind die beide blind? Scheint so. Oder siehst du ihn gerade oder wie? Ne, das ist... Ja, danke. Lass doch das Teil mal runterkommen. Nein, ich will da gerade auf den Kopf hoch rüpfen. Dann mach ich das mal. Dann kann ich dich aber auch holen wieder. Das tut er mich schon wieder. Der lässt mich hier auch nicht schummeln. Ich geb mir Mühe. Jetzt komm doch mal da hoch. Meine Güte. Warum hast du nur das so kompliziert? Wie bist du da hochgekommen? Von der rechten Seite aus. Ja, aber das ist so unständlich. Das ist gar nicht. Das hat zumindest mit weniger Sterben zu tun. Ich sterb dabei gar nicht. Bestimmt bist du gerade zweimal gestorben. Dann versuch hier rüber zu gehen. Da oben drauf, da oben drauf bestimmt. Warte, nein, 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 nein. Von hier aus. Kann man dann nicht so... Nein, kann man nicht. Doch, kann man bestimmt. Ja, genau. Ich werde angerufen. Versuche mal ein bisschen weiter. Okay. Ich kann noch kein Mensch lenken. Das ist wie bei... Ja, ich müsste auch springen dabei, dass ich dann mehr springen kriege. Und... Und... Ah, nee. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ich denke, eher der Schlüssel wird irgendwo hier rechts sein. Bei diesen Sprunglängern. Aber wo? Also hier schon mal nicht, also nicht, dass ich sehen würde. Oh nein, es stirbt jetzt, das ist ja schlimm. Da ist er, hab ihn, wusste ich doch. Natürlich stirb ich noch mal. Go, hello, du wuuuuh, du kannst es tun. Guck, so ganz verwirrt, ja, der Rettungstanz, ich hab den Schlüssel, ne, ja, ich schreib einfach irgendwas wunderschönes, während er hier seinen Freudentanz aufführt. Hallo. Fresh Zombie, hallo. Und jetzt noch mal was Intellektuelles. So, und dann, warum tötet er sich? Ha, das hat man aber noch gesehen. Kannst du das Level auch beenden, wir haben schon alles. Ob er mich überhaupt hört, ich weiß es gar nicht. Schon hat er mich auch gemutet. Hält sich einfach an mir fest. Ich ziehe ihn jetzt durchs Level. So. Gott. Hm? Ja, Mutter. Warum schimpfst denn du? Bleib da. Was, was denn? Komm mal her. Was hast du denn vor? Hast du denn Schlüssel gefunden? Bleib da. Hast du denn Schlüssel gefunden? Bleib da. Was hast du vor? Bleib da, sonst sag ich's dir nicht. Ich seh's doch schon, du willst mir was ankleben. So. Ja, wir haben eine Schlüssel. Haben wir? Ja. Du bist ein Elefant. Einen pinken Rüssel. Ich hab eine Schlüssel gefunden, ja. Der war bei diesen Bouncy-Dingern. Oh, guck mal, ich stehe in der Kerze. Brenne. Brenne einfach nur. Oh Gott, ey. Ja, guck mal, ist doch die Herausforderung gehalten, oder? Jo, können wir machen. Gut. Sorry, Leute. Aber, naja. Egal. Passiert. Normalerweise posiert man dann ja auch die Aufnahmen. Aber, hey, du hast den Schlüssel gefunden. Und daher, was müssen wir machen? Rennespringen. 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 Und so weiter. Über solche wackelndinger wie du, weil, oh Gott, bitte nicht die. Bitte nicht die, bitte nicht die, bitte nicht die. Ja, also die. Na, komm, Schaffer zu zweit. Überskiller. So, perfekt. Da kommt, du kriegst sogar noch mal den Hello-Bounos. So, darfst du oben dann rennen. Ich lass dich da mal vor, ne? Ja. Ich stutz ja überall mit meiner komischen Nase jetzt an. Komischerweise. Kann genau so hier unten lang rennen. Okay, doch nicht. Nein, kannst du nicht. Doch, muss man aber. Äh. Ach, gut. Ich hab ja so ein bisschen Schiss gerade, weil du tot bist schon wieder. Deine Arme werden unendlich lang bei mir gerade. Ich bin nicht tot. Unendlich lang? Ja, ich hab dich wieder geholt, ja. Verdammt, ich wär fast erster geworden. Hihihi. Aber ich hab mehr Punkte. Hihihi. Ja, du hast mehr gesammelt, ja. Du bist nur jetzt auf die Idee mit der Nase ge... Ja. Kamera weggestoßen. Du bist nur auf die Idee mit der Nase gekommen. Keine Ahnung. Könntest du sie mir vielleicht mal, äh... Scheiß auf den Highscore, so. Ähm. Gerade in die Mitte setzen. Ja, kann ich auch machen. Das wär nett. Äh, und bis er das geschafft hat, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Es leuchtet alles. Bis dann. Ich want's Crisis ON. Gut dann. Tschüss! TÜS! Tschüss. Dad. Ich habe noch. Juda. critA?